Gut, Bouguis, wir haben heute mal eine Figur, wo wir so ein bisschen lockerer werden, ein bisschen bouncen. Es gibt viele Musik, die einen starken Betonung auf den Offbeat hat, und da bietet sich sowas an. Wir zeigen es erstmal komplett. Okay, fürs Üben. Wir fangen zunächst an, dass er im rechten Winkel steht, nach dem Schulterfasser, und der Herr bleibt mal stehen. Rück, vor, Schritt, Rück, vor, Schritt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist ein Vierertakt. Also der Rückfuhr ist relativ schnell, Schritt, Schritt, und dann bleibt er auf einem Fuß zwei Schläge stehen. Wobei die Dame darauf achten sollte, dass sie in ihrer Tanzlinie bleibt. Rück, vor, Schritt, Rück, vor. Also immer gerade Linie, Negativbeispiel, nicht eingehen, wie sie ausdehnen. Das schafft ihr im Tempo nicht. Das ist auch eine Figur für schnelle Takt, auch für Swing-Takt. Okay, wenn das gut klappt, dann soll der Herr üben, im Offbeat zu bauen sein. Also wenn ich einen Takt habe, 1, 2, 3, 4, 1, Ba, da, ba, da, ba, da, ba. Rück, vor, Schritt, da, Schritt, rück, vor, Schritt, da, 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 da. Richtig schön locker werden. Und irgendwann fülle die Dame wieder raus. Oh, viel Spaß beim Lockerwerden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.